Ja, und ich sage Hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu diesem kleinen Special-Video. Ich bin getaggt worden und zwar gleich zweimal. Einmal von Michi Holika und einmal von Seppi LP. Und zwar geht es in diesem Tag um 50 Fakten über mich. Und ich fange auch gleich an, weil 50 ist eine ziemlich große Zahl. Also, erster Fakt. Der Name Damakash kommt aus dem Spiel Lothro. Da war das ein Charakter von mir und zwar mein PvP-Charakter. Und ich habe tatsächlich, bevor ich auf YouTube angefangen habe, überlegt, ob das sinnvoll ist, den Namen zu nehmen. Denn ich könnte mir damit ja alte Feinde an Land ziehen. Ist bis jetzt noch nicht passiert, aber hätte ja sein können. Fakt 2. Mein Real-Life-Name ist Dana oder auch Dana. So wie von immer wieder Jim die Dana halt. Fakt 3. Ich bin tollpatschig. Fakt 4. Ich bin ehrgeizig. Fakt 5. Ich bin geduldig. Fakt 6. Ich mag alles, was süß und niedlich ist. Fakt 7. Ich habe schwarze, lockige Haare und blaue Augen. Fakt 8. Ich bin nicht immer sehr diplomatisch. Fakt 9. Ich kann ziemlich arrogant und herablassend sein und nutze das manchmal auch gezielt, wenn mir irgendwas auf den Keks geht. Fakt 10. Ich mag starke Charaktere, die wissen, was sie wollen. Fakt 11. Ich bin sehr strukturiert. Fakt 12. Ich bin Frühaufsteher. Also ich stehe auch am Wochenende zwischen 7 und halb 8 auf ungefähr. Also ich stehe immer früh auf. Fakt 13. Ich habe noch zwei Brüder und drei Schwestern. Fakt 14. Ich singe viel und gerne, aber laut meiner Familie nicht besonders gut. Fakt 15. Ich trage außer meinem Ring überhaupt gar keinen Schmuck. Also wenn ich weggehe, abends vielleicht mal Ohrringe oder so, aber ich bin niemand, der im Alltag irgendwie Schmuck trägt. Brauche ich nicht, mag ich nicht. Fakt 16. Ich habe auf meinem Schulterblatt eine Tätowierung und in meiner Augenbraue ein Piercing. Fakt 17. Ich telefoniere nicht gerne. Fakt 18. Ich mag Stille. Fakt 19. Ich finde Hörbücher total toll. Fakt 20. Ich mag keinen Lippenstift. Ich mag das schon, wie das aussieht, aber ich mag das Gefühl von Lippenstift auf meinen Lippen nicht. Fakt 21. Ich bin sentimental und weine auch bei Büchern und bei Filmen und bei Spielen. Fakt 22. Ich bin manchmal sehr kindisch. Fakt 23. Ich bin manchmal zu ernst. Fakt 24. Ich habe eine gute Menschenkenntnis. Fakt 25. Ich arbeite gerne alleine. Also ich bin schon jemand, der auch im Team gut arbeiten kann. Also Teamwork ist auch was, was ich schon durchaus Sinn kriege, aber ich arbeite echt am liebsten alleine. Fakt 26. Ich mag gern Müsli mit roten Früchten. Fakt 27. Ich habe zu viele Schuhe, die ich zu selten anziehe. Fakt 28. Ich habe gerne viel um die Ohren. Fakt 29. Ich mag keine intoleranten Menschen. Fakt 30. Ich habe eine total grottenschlechte Orientierung. Ich erinnere mich an eine Situation, da bin ich mit meinem Mann nach Berlin gefahren und ich sollte die Karte lesen, um zu gucken, wo wir abfahren müssen und so. Und damit war ich schon überfordert. Mein armer Mann ist halt halb wahnsinnig geworden dabei. Fakt 31. Ich liebe Großstädte, aber ich wohne auf dem Land. Fakt 32. Ich schlafe immer auf der Seite. Fakt 33. Ich bin total unromantisch. Fakt 34. Ich treffe meine Entscheidungen zu 90% mit dem Kopf und ganz selten mal aus dem Bauch heraus. Fakt 35. Ich kann mich total für andere freuen. Fakt 36. Ich bin überhaupt nicht neidisch. Ich bin gar kein neidischer Mensch. Gar nicht. Fakt 37. Ich bin ein totaler Prinzipienreiter und Gerechtigkeitsfanatiker. Das ist für mein Umfeld nicht immer leicht. Fakt 38. Ich setze mich gern für andere ein. Fakt 39. Ich kann auch gut Nein sagen. Fakt 40. Ich mag Tagträumerei. Fakt 41. Ich habe mal Flamenco getanzt. Fakt 42. Ich esse nicht gerne Nudeln. Fakt 43. Ich mag legere Kleidung. Also ich mag am liebsten Jeans, Pulli und so und alles, was gemütlich ist. Fakt 44. Mein Lieblingsschriftsteller ist Stephen King. Fakt 45. Ich bin nicht nachtragend. Fakt 46. Ich stecke mir Ziele und erreiche die dann auch, normalerweise. Fakt 47. Ich mag den Sommer und könnte es auch das ganze Jahr gebrauchen. Fakt 48. Ich liebe Kuchen aller Art. Egal, ob selbstgebacken, gekauft, Torte oder sonst was. Ich liebe Kuchen. Fakt 49. Ich lasse mir nicht auf der Nase rumtanzen. Fakt 50. Ich bin kein Stück schüchtern. Habe auch kein Problem damit, irgendwelche fremden Leute anzuquatschen oder sonst irgendwas. Ich bin da sehr extrovertiert unterwegs. Ja, und jetzt darf ich auch noch drei Leute taggen. Und das mache ich hiermit auch ganz schnell. Ich tagge The Stars Guys, Dark Effect und Charlie Ranger. Ich wünsche euch viel Spaß beim Aufzählen eurer 50 Facts. Wünsche euch jetzt noch einen tollen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.